Team Associated hat sich mit dem neuen TC 6.1 einiges vorgenommen. Der Tourenwagen im Maßstab 1 zu 10 wurde komplett überarbeitet. Wie bei den Offroad-Modellen hat man beim TC 6 einige wichtige Dinge verändert, um dem Tourenwagen zu noch besseren Rundenzeiten zu verhelfen. Daraus ergab sich dann der Namenszusatz Punkt 1. Grundlegend ist das Chassis beim TC 6.1 mit dem Vorgängermodell gleich geblieben. Es besteht zusammen mit dem Oberdeck und den Dämpferbrücken nach wie vor aus Kohlefaser. Das Ganze ist schön schmal gehalten und nimmt trotzdem elektronische Komponenten in Standardgröße auf. Motoraufnahme, Barcats, Differenzialhalter und die hart eloxierten und beschichteten Aluminium-Gewindedämpfer sind ebenfalls vom TC 6 übernommen worden. Musik Musik Someday Mit dem TC 6.1 hat Team Associated einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Schwachstellen wurden überarbeitet und etliche neue Features implantiert. Damit ist der TC 6.1 für den einen oder anderen Podiumsplatz prädestiniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017